Hallihallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Aufnahme von dem lieben Devil Challenger mit der Eins hinten dran. Satan, der Teufel im Ingame-Namen. Edit ihn und zack mit ihm. Er spielt Langhorn Alistair mit dem lieben LittleBigToaster. Das bin ich, sie wir. Wir werden die Botlane zerficken. Wir haben natürlich die Botlane genommen, weil wir also vor zwei Games hatten, wo wir natürlich zweimal hintereinander eine Botlane-Feder hatten. Mit dabei ist noch Tristana mit dem Skin-Ride-Girl-Tristana. Ein Säck mit einem goldenen Rahmen. Ich habe auch bei LoL-Lessels geguckt, er ist tatsächlich Gold 5 und ein Wurring Kingdom Jarvan IV. Auch ge-called. Ich bin natürlich nur noch Fake Gold mit Silber 3. 0 Punkte mittlerweile, weil wir zwei Games gerade verloren haben. Auf der anderen Seite haben wir eine Leona, einen Nasus, eine Katharina, einen Lissin und einen Draven. Das war's doch schon und nun übergebe ich an den lieben Stefan. Danke. Das war komisch, oder? Das war cool, Alter. Das war cool, Alter. So muss man so so geistern. Das war sehr schön. Jetzt mal einmal, zweimal und einmal spricht. Ich muss mir nächstes Mal aufschreiben, als du. Ja, genau. das ist ein Sprach, das war's. Ja. Na, ja. Ich hab's ja so gut hier. Ich hab's ja gar nicht gesehen. Ich hab's ja nicht gesehen. so scheiße ich sehe dass es etwas zu übertrieben war naja ja 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 mein problem ist habe eine support masterys vergessen egal ich habe tank masterys drin also es ist nicht so schlimm also fand es auch etwas übertrieben war ein bisschen aber der anfang war ganz lustig warte ich muss mein skype leider stellt das für laut eingestellt meist ich nicht ausgestattet als man soll laut auch stimmte europäische und sind die sagen er hat er um ein zweiter und er ist er wieder ein beschwörer ist zurück im spiel ich denke ich hätte gehen es ist wichtig bei jürgermeister oder kursen und so so ich habe auch bekommen in meiner stammt die ein paar die beiden schluss bei dir geschehen wurde das erneutig aufgrund der Stuttgart das ist nicht mehr aber du kommst gerade mit dem Hass bekommen nur so wie er abstehend wird in der Nähe nicht sein zu kommen lassen bis zu das ist nein dann wird es eine Karte auch die Leute angeboten ja auch so nach nein der Schaden dort es ist sie ist sie ich meine die Hauptsache jetzt kann ich nicht sein es macht sich nicht falsch ja weil ich mir nicht geht bald in der Stadt die Händler ich meine meine Händler Messe ich habe schon wieder alle das ist auch die Toten heute um wenn du ein Geldchen willst oder so, dann sag Bescheid ist es nicht mehr mit Level 3 oder? äh ja ok gut das hat früher auch hier volle Pomm-Ropp jetzt ist der cool es ist es ist kaum ein jetzt was ich habe mich ein Wort das tut die 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 machte das noch mal die er kann ich die Q eigentlich nicht mehr, kann ich die EF, Alter Komm! Nein! Äh... Irgendwie war das ein... Nein! Nein! Nichts kann mich sein, Alter! Geht schön! Oh ja! Du, natürlich gesaved hast, Alter! Und ich muss noch nicht mal flashen! Ich bin Nasus Epic! Ja, sorry, Alter! Nasen da! Alter, wie geil... Jungen, ich dachte, oh mein Gott, es ist Stefan Follower, ich würde hier... Ja, ich muss auch nicht, dass es jetzt so passiert, ne? Ich dachte, jetzt so scheiße, ich muss gleich gleich noch so... Oh, ne, ich muss nicht mehr gleich mit einfach weggegangen... Tor, 2,0... Ich kann nicht... Ich kann nicht... Schon wieder mal, wie ich kann man, das ist... Ja, wenn wir uns jetzt halt ein bisschen aufpassen, wegen diesen wir können wir haben es nicht unendlich ich habe nur ein und ich habe den schreibtisch gemacht und hat er hier und der ziel an die märz ist dadurch in der dritte nichts kann mich aufhalten um es ist sehr könnte er glaube ich auch mal nach einer der momentan nicht und ganz zu krass gepusht wir müssen sich auf die Saison aufpassen oder hast du noch dein Trinket? ja ok weil die ist ja mittel, dass mir gedacht, die musst du... oh ja, erstmal so ok ja ich kann den Fehler hm das klar für die Spur und die Verkaufnahme er auch mit der der Werbung und abgehend ist der und der in der Hälfte ich schlag den gegen die Wand hat keine Chance sondern schlägt denn es ist dann so wie bei ein Bremsen oder was denn das nicht oder was aber der wird sowieso beträubt für kurze zeit und wenn ich ihn dann noch hoch hatte keiner schauen sie ist die kammer ich habe gesagt die aufnahmen gerade bei dem willkommenspruch da kommen die welt habe ich gesagt ja also noch aber immer positiv denken wir werden sie zerficken ja dann kommt wahrscheinlich dies sind gleich und dann klickt er erst mal ein double kill dann dann denken wir okay alles gut ich habe auch zweck jetzt kommt er noch mal und dann dann geht er noch mal damit gehen und dann zu bewahrten das könnte passieren aber ich habe jetzt wurde gekauft ich habe da zwei hier drin gekauft und 45 adi und schule ich hätte auch noch mal zehn adi dazu kommen können aber ich habe die wünsche ich jetzt leistet ich habe drei worte so schlank erst mal für die ich bin bei einer der 6e noch so drei minuten sechs minuten 6 aber so muss ich das immer machen aber das war auch deren problem weil man hat hier die ganze zeit im wisch gesehen habe ich bin dann das war da ich bin dann die laden das war da 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 ich bin dann ich bin dann die ganze die das durch eine Bekunft er hat sich doch noch die Hoffnung der die 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 der Hälfte er hat er hat mich nicht sehr gut der damals im Supporter muss halt nicht sie sind der Zeichen Kielstuhl ich bin ein paar Jahre alt wird aber mit Leona kann ich nie was dafür dass ich kreisende das ist immer meine W kommt ein nein ich kann nein nein da konnte ich jetzt nichts dafür ok also nicht dagegen machen ja siehste jetzt kommt der echt babysitten war so klar naja dann stehen wir jetzt mal im Tauern und laszten uns nichts kann mich aufhalten der kann dann auch einmal kommen und sonst ach naja so wie es erwartet hab aber naja ich hab natürlich wieder nicht drauf war das Problem weil ich halt nicht ready da ich lasse da auf aber das na ich bei nur die Krise achten der da 3 3 3 3 es gibt es schon ich habe mich an und ich hier niemals meinetwegen und ich bin wenn ich überleben wir jetzt das heißt denn es mich in Geld ich bin und die 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 Da musste ich nur meine Kombo treffen, aber ich treffe meine Kombo leider nicht. Das ist ein Problem. Wir spielen jetzt defensiver. Na, Tower Diven sollten wir lieber nicht. Ich wurde getötet. Okay, gut. Dann wartest du. Nichts kann nicht aushalten. Hmm. We will win. Ich hoffe doch. Ich habe keinen Bock, manche Punkte. Wollen wir gleich drauf gehen? Jetzt? Oh, scheiße. Oh, fail. Die Synth ist nicht da. Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. Das ist letztes Mal. Pass auf, dass er nicht den Dainu-Gang hat. Hm, das ist ein Held. Nicht auf jeden Fall. Na, aber wir hinden den Draven schön am fahren. Der hat 50 und du hast 86. Zack, Lain-Gang. Ich weiß aber gar nicht, ist der geworden? Das ist ein Gegner, wo der gezwertet ist. Hoho, perfekt ausgewertet. Oh, deine Wad ist wieder weg. Ich geh mal schnell geworden. Das ist ja das Wut der Kno. Hm. Okay, also Zack ist da. Ich hoffe mal nicht, dass der gezwertet ist. Komm. Oh, schlisse. Oh nein. Pass einfach auf, dass der, dass der. Komm, ich denke. Oh, danke. Komm. Nein, Vorsicht, du tanks. Oh. Nein. Das war Barrier, man. Kann mir nichts anhaben, wenn du jetzt auch. Aber gut gemacht, Alter. Nein. Oh mein Gott. Und ich habe nicht geflasht. Ich dachte, sie hätte keine Ulti. Also nicht ready. Ach, Mann. Scheiß. Scheiße, scheiße, scheiße. War der gerade mit Raven? Oh, ja. Mit Raven. Mit Raven-Ulti. Oh, Allah, meine Maus spinnt gerade. So. Das wäre mir Hohen Dard. Ein Gegner wurde getötet. Scheiße, das bin ich. Hohen Dard, Gold. Mir fehlen. Stehen wir beide. Mit einem Ton. Ein und Gold. Und noch 100 Gold, dann hätte Raven hat immer noch kein Farm. Okay, ich bin gleich da. Und dann... Der hat nur 56,92. Da ist ein Wort. Da ist ein Wort. Oh, meine Ulti ist... 120 Sekunden. Oh, Dard's Lee. Top after it. Der Lee steht... 5-2-2. Okay, kommt Nitte. Ja, du machst ganz schön Damage. Oh, sie sind. Oh, scheiße, scheiße. Ich komme. Ich komme. Oh, scheiße, scheiße. Sorry. Nein. Nein, bin ich hier weg. Und dieser Nasen ist alt. Da ist noch ein. Ach, ja, klar. Nur Z-Fuck. Alter. Okay, der Flash war gerade sinnlos. Was machen jetzt 4? Nein. Sind es überhaupt 4 oder nicht 5? Es waren 5, es waren alle. Es waren 5. 5? Ja, weil wir geowned haben. Weil wir geowned haben, dann müssen wir jetzt 5 oder. Ja. 2. Wie ich es hab's. Nein, jetzt ist der Tower gleich weg. Nein, der Tower ist weg. Ey, komm, den muss er doch jetzt mal bekommen. Komm schon, Schau. Unser Tower erlebt, bro. Ja, er hat aber ziemlich wenig. Na. Wenn Draven und Leona keinen Bock mehr haben, dann töten die den Tower einfach. Ich glaube, ich bin gleich wieder da. Okay, wir sind aber gut. Es ist gewartet. Ja. Schade. Und ich bin auch überworen. Oh, Mitter hat auch bekommen. Ihr Team hat einen Turm zerstört. Ihr Team hat einen Turm zerstört. Shit. Lol, die Leona hat ein höheres Level als die Adi-Carry. Aber die steht doch 0,05. Doch, halt. Nein, nicht das Schild. Okay, das Draven. So, guck, ob der in Blut hat. Ja. Ein Gegner verfällt in Blut raus. Oh, Leona. Oh, je. Oh, überlebt er. Oh, Flash. Komm. Good Job. Nein. Oh. Nein. Ja, daum. Drex, du rät. Oh, ich konnte es nicht mehr wissen. Ich kann echt alles in die Schreffen. Ich hasse so eine Scheiße. Deswegen mache ich Adi-Carry ja eigentlich. Der fand ich noch nicht gut. Aber jetzt, der ist halt die Scheiße. Nase und der ist gewesen, wenn er einfach gibt. Ja. Ja, wenn ich jetzt reingehe, bin ich wahrscheinlich tot. Was kann er nicht schief? Nein. Was? Oh, du mei. Warum geht die damit? Nein. Nein. Verdammt. Ich habe kein Mana. Nee, aber dann ist die. Okay, kann ich jetzt mittlerweile als lieben, drei. Ja. Ja. Oh nein. Ich bin durch. Alter, aber diese Leona, die hängt echt auch alles. Ah. Hey, komm, jetzt. Oh nein. Oh nein. Das war's. Ich habe ihn auch vergeben. Ah. Der geht noch hart. Okay, bin gleich auch wieder auf der Midlane. Nein. Ich gehe Bord. Ja. Der Tower ist weg. Aber eigentlich ist es gut. Wir verlieren hier auf 9. Ja. Ach Mann, die Word läuft gleich wieder aus. 17 Sekunden. Ich glaube, ich finde es recht. Er hat einen Turm zerstört. Komm. Den kriegen wir, den kriegen wir, den kriegen wir. Nein, 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 nein. Du, jetzt bin ich jetzt verarscht. Ich bin jetzt wirklich verarscht. Meine scheiß Maus. Ja, 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 ja. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich habe es geahnt. Das nächste Mal drücke ich Esther. Mach ich nämlich gar nichts mehr. Oder es Leona. Noch eins jetzt, dann habe ich sehr viele Gebühren. Das kann mich aufheilen. Ja, ja. Oder so mehr Kilder. Ein Gegner. Ich bin nicht mehr Esther. Ein Verbündeter wurde geübt. Ich bin echt ein Nop-Supporter, nicht wahr? Ja. Das war Kuschel und so. Ja, das war Kuschel. Einfach die Krimiert. Okay. Okay, du rein und wenn sie kommt, dann... Oh nein! Fight! 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 Okay! Jetzt kill! Oh nein! Du hast aber nicht mehr draufgehauen, oder? Boah! Ich will abhauen, oder? Ja! Oh, hart vorbei! Ah, war ein bisschen böse! Weil da wie klein der ist! Ja! Sie ist nicht... Ja, das war's! Die Verbindete wurde getötet! Oh, Nasos wird auch mal ein bisschen gefiedet! Okay, gefiedete... Die Leona, die Leona, die hat 1,07! Die müssen stoppen! So, ich... Ja, ich komm schon in Rüstung! Nein, ich... Ich hol mir Randoeins! Randoeins haben die meisten Spieler immer auf dem Wort Ja... Ah, nee, jetzt hab ich kein Wort, ich muss Wort drauf! Dann können wir auch wieder pushen! Ja, hallo! Ich möchte das hier machen! Nein, okay, gut! Doch, das? Nein! Schade! Ich bin wieder weg! Gut, ich hab jetzt... Solaris! Jetzt dürfen wir es eigentlich auch gegen die Schaffung! Weil jetzt ja nur das Wort im Ding! Juni, ich liebe die Fähigkeit! Ja... 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 Also, dass die Ulti direkt wieder... Wenn du das schaffst, dann können wir gewinnen. Ähm, irgendwie ist das falscher Fokus, oder? Das ist Katharina Headbutt. Das ist Katharina Headbutt. Blutrausch. Leute, ich bin der Blutrausch. Nein. Geh weg. Dann ist ich mehr tot. Nein. Ja, und reinget es da selber. Du musst bei mir bleiben und Katharina Headbutt warten. Weil, guck mal, wenn ich dir jetzt in Damage gucke, der hat mit ihrem Todes-Lotus, hat die mir 51% Charging gemacht. 771. Ja, irgendwie war das generell ein Fail, weil die ganzen AD-Carry und RB-Carry waren hier und die ganzen haben hier gefightet, also... Der Fokus war auf jeden Fall schlecht. Weil... Irgendwie sind wir die ganze Zeit auf den Lee-Single gegangen. Das hat uns irgendwie nichts gebracht. So wie man merkt. Oh, den Platz hat sich okay. Ich bin der Laufhangen. Ich bin der Laufhangen. Und das hat er noch None. Wenn Sie da fahren, Sie sind eh nicht zu viel. Das war ein Moment. Unschluss. Das war dann schon eine Laufhangen-Gate. Ich bin der Laufhangen. Oh ja, ich brauche mal bessere Schuhe Warte und... jetzt Ja, gehen wir mit hilflich Komm zu Draven und Cutter Ah ok, nein, sie Einen Turm zerstört Los, jump, warum mit Nein, will nicht Schäden hier gerortet Leute Was jump, der Trash, äh, der Sekte Nein, ich kann mich aufhalten Nicht splitten Hm, darf die Sen Ich kenne dich Hat der gerade geflasht oder? Schirmarbeit Oh je Nichts kann mich aufhalten Ich dachte, der springt jetzt rein Blut raus Nein Machst du dich im Moment im instant Ich kann nichts machen Ich fiel weg Äh... Ja, wie ist Nasus? Von wem hab ich meistens damage gemacht? Oh, ich hab mal wieder Ich fiel Aber meistens hab ich 10 Arbs Batterie Mal wieder Okay, also Magie, Resistenz, Geistessicht Weil, weil, wirklich Ich seh der gar nicht mehr wohl wär Weil die Cutter Jumpt irgendwo hin Der Lee Sinjumpt irgendwo hin Leona Jumpt da irgendwie rein Und dann Der Gegner hat einen Turm zerstört Und dann Egal, man hat schon drei Lubs enteinander Wenn hier sind der Silber 4 Nicht hintereinander Oder Er hat zwei verloren Einfach gewonnen Und dann Ja, dann haben wir aber Das ist jetzt Das muss nicht sein Doch Ich hab keine Chance Wir haben das nicht gesehen Wie die mich zerstören Doch, ich weiß Ich hab dich recht gut Ich hab dich gar nicht Aber wir müssen jetzt probieren Aber wir müssen jetzt probieren Ich weiß gerade nicht warum wir hier beide rumlaufen Aber es bringt wohl irgendwie viel Ich hab dich 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 Wie ich hab dich Ich hab dich Ja, nein Ich hab dich Gut, dann Kommen ich auch mal dazu Ja, ich kann nicht Grenzen Ja, ich kann nicht 1917 Io What Nein 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 Dasチüти Ich hab mich 3 alle verarbeitet hier sind kristin die rückwirkung die da war doch ich kann mir das schon zumal den mann ist vor allem Soll ich mir Stiefel der Beweglichkeit holen oder Mercurys? Mercurys Okay So Gut dann Geistessicht So, Stiefel für 5, na toll Tostanas ist die einzige, die gefiedert ist, aber die fiedert ja auch Was sind Geldstände, Jorven? Die warten eh nur, dass ich da bin, damit die wissen, dann will auf jeden Fall ich glaube, dass ich da bin Du wirst sehen Nein Ist er schon Guck mal, guck mal Äh Ja Sogar ein guter Fokus Ich balle einfach alles auf, komm Sogar Jetzt, wir können finish Wir werden jetzt ganz schnell sind Nein Ähm, du tankst gerade, na Ja Na, finish Ich glaube nicht, dass wir den Damage dazu haben Wir müssen jetzt das machen, wenn endlich den Team halt 10 Sekunden ist Katharina wieder da Schaffen wir los Okay Ja, go 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 Ganz schnell Ganz schnell, ganz schnell Einfach ignorieren, einfach ignorieren Schwer, 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 schwer Ja Oh nooo Ich hab grad noch so gewonnen Alter, nice game, nice game, alter Ist noch gefinished Ich schwör, die hätten mir jetzt nicht gefinished Ich denk, wir hätten es verloren Ja Wir hatten so Glück, dass der Nasus gefailt hat Ja, ich hab die gleich weg gehauen Ja Aber alles nur wegen deiner Ansprache Ja Sonst hätten wir wahrscheinlich nicht die Motivation Dann jetzt alles zu finishen Haha GG